ja und damit herzlich willkommen liebe Freunde zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal und zwar spielen wir Black Desert Online ja ich bin der Kai und wir werden es erst mal alleine bestreiten das Spiel und später nach dem Tutorial nach dem Anfang wird Aaron wahrscheinlich mitspielen und vielleicht auch Martin aber jetzt erst mal ins Abenteuer so und da sind wir auch schon in der Charakterauswahl beziehungsweise in der Namensgebung ich werde einfach mal Rokotti weil es sein kann dass Aaron schon rekordiert ich weiß es gar nicht ach so warte mal ein Name der Familienname Einstellung äh schreibe ich mal nur Rokotti ich weiß nicht ob Aaron da schon irgendwie was gemacht hat nehme ich einfach mal das okay und jetzt können wir uns hier einen Server übernehmen äh aussuchen alles EU Server mittel 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 hier scheint wenig Lust zu sein Olivia Steam 3 nehme ich einfach mal oder Hauptserver keiner man kann wahrscheinlich immer random auf dem Server join sieht auf jeden Fall richtig geil aus mit Wikinger Schiff und so das ist genau mein Fall jetzt kommen wir zur Charaktereinstellung nur einen Charakter erstellen okay äh alles klar gibt es halt echt viel ich glaube Magie echt warte mal Aaron hatte mir schon ein bisschen was geschrieben wer wer ist boah ich kann mich da gar nicht so aussehen was alles ist hier Streiter sieht doch ganz cool aus ein waffenloser Kämpfer oder den Kampf gestickt bei zahllosen Straßenkämpfen vereinfacht hat okay das ist so in so ne Art Tekken ne Steuerungsschwierigkeit ganz hoch boah keine Ahnung Ninja wäre irgendwie ganz cool ich glaube wir nehmen den Ninja oder was ist das hier das ist geil das nehmen wir so ein schön einfach ein langes Schwert ich weiß nicht ob man da auch einen Mann nehmen könnte vielleicht das wäre ganz cool kann man das machen Gesicht Körper Wetter Sternzeichen Charaktername okay dann nehmen wir das erstmal schon was ist ein Unterschied zwischen Charakterauswahl und Klassenauswahl ich gehe mal mal gucken ach so ja ok können wir nochmal von vorne wir hatten ja das ausgewählt da müssen wir wahrscheinlich mal in Frau spielen ist ja kein Problem ich hätte nur gerne so einen Mann mit so einem geilen Bart gemacht aber egal so Sternzeichen in das Boot genießt Kunst optimistisch ok können wir mal was anderes machen Geschichte oh Gott Sternzeichen Schild Boot Hammer Hammer ist cool hilflich mhm boah was ist denn das hier für eine scheiße mit dem Wetter alter ok ok gehen wir erstmal auf anpassen äh Frisur ja ist mir eigentlich egal wenn wir was elbisches nehmen wir da was ist das hier schnickschnack kann man bestimmt später nochmal ändern äh jo die hat ja lila in den Augen schwa ach so sind die Pupillen jo das sieht schon irgendwie heftig aus so ein bisschen mysteriös was ist das denn außenrum ok ach komm Tätowierungen sind natürlich wichtig ach so eben das sieht da das sieht aus wie Ed Hardy alter ok hier ähm äh hier Kiss Event komm lass mal weg ist nicht so wichtig Fältchen Gesichtsausdruck im Wartemodus ja was ist das eigentlich immer hier diese Anzeige hey warte mal wenn ich das dann guckt ihr wenigstens die ganz netten und das ist hier ein bisschen komisch was mit den Zähnen egal lassen wir lassen wir es einfach so ähm Körper hauptkontrolle das ist die Hautfarbe oder was nee so erstmal dicke Tätowierungen am Arm ja Hauptsache so einen ganzen Tonkopf über den ganzen Bau alter ja das sieht ganz nice aus machen wir in schwarz boah ja passt so ist okay zurück so ähm gut das das war's ne können wir können wir eigentlich schließen die Einstellungen ist nicht so viel darum gearbeitet weil ist mir auch eigentlich egal das Wichtige sind die Rüstungen und jetzt können wir loslegen auf geht's gut dass das Tattoo unter dem linken Arm ist und da die ganze Rüstung aber ist ja auch egal okay da scheint der Ladewild schlimm zu sein was heißt hier die Map auf der wir spielen ich bin mal gespannt ich hab erstmal alle Einstellungen auf hoch auf sehr hoch gemacht beziehungsweise auf das höchste was geht müsste aber eigentlich nicht ruckeln 60fps und alles mal gucken das Problem wird mein Internet sein aber naja kriegen wir kein Problem muss ich hier auswählen oder lädt das jetzt automatisch selber ne der lädt automatisch ich muss hier nicht ich kann glaube ich gar nichts auswählen jetzt bin ich mal kurz leise ich bin mir nicht mehr 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 ich will mit ihr Roma Nahrul ist die central city of trading back when ships from Valencia would anchor in Nahrul children would greet the merchants and fireworks would light Nauru war eine wunderschöne Stadt der Sailor und Merchants. Und die Flüchtlinge waren schädig von mercenaries. Nichts wussten sie, was zu kommen. Können diese Menschen wissen von der Elysian-Stone? Es ist die Mythisch-Stone der ancienten Bevölkerung. But the dark power it possesses has been hidden by that very civilization. At last, the Elysian was uncovered. A mysterious black smoke rose up over the ridge. It seemed to know exactly where it was headed. To Goman Haru. The Elysian stone reverberated. People started to disappear all across Goman Haru. In the end, there was no one left and that day was soon forgotten. The Elysian stone reverberated. The Elysian stone reverberated. The Elysian stone reverberated. Okay, sprinten ist nicht so. Das Schwert ist einfach länger als sie, Alter. Was ist das hier? Das sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Achso, ich muss irgendwo hingehen. Da kann ich schon... Was ist denn jetzt passiert, Alter? Kann ich hier auch looten? Wie geht das mit Dreh oder was? Achso, drücke R. Wie lange ist denn die am looten? Kuh eigentlich auch töten, ne? Achso, okay. Es hat gerade eben nur ein bisschen geleckt. Kann ich so ein bisschen Gras mitnehmen? So, jetzt muss ich aber... Das ist ein Riese. Okay, nice. Warte, wo muss ich jetzt hin? Ja, nice. Also ich glaube, der Charakter war ganz richtig auszuwählen. Der macht echt Spaß. Achso, hier muss ich runter? Okay, da muss ich hin. Zack. Ich denke mal, man findet sich da ein bisschen rein. So, jetzt ist das übliche erstmal ein bisschen hin- und hergelaufen. Gut, dass der Charakter so schnell ist. So, jetzt können wir hier interagieren. Versorgungskiste. Trinke für Anfänger gefunden. Das war's, ne? Okay, hier können wir das Inventar öffnen. So, jetzt trinke ich den Trank. 14 habe ich noch. Und benutze noch eins. Und auf... Komma können wir ihn rufen. Okay, jetzt annehmen. Okay, Quest annehmen. Und die Akkantreffen. Seit jetzt wach, ich bin vor, dass hier wachseitig ist. Ihr seid immer mein Freund gewesen, ich in Neue. Sicherlich ist, weil wir einfallen gehen, aber jetzt, das ist klar. Wir beide haben eindeutig ein Ziel. Hier in der Nähe gibt es ein bisschen Steinkammer im Untergrund. Das ist unser erstes Ziel. Es ist gefährlich zu gehen, aber zum Glück sind wir standen wohl sehr nett. Da drüben ist dieser Kerl namens Akkant. Sollten wir uns ihm helfen lassen. Okay. Trefft Akkant. Okay. Dann gehen wir jetzt zu Akkant. Oder Akkant. Akkant. Und der gibt uns wahrscheinlich noch ein bisschen Ausrüstung. Damit wir dann loslegen können. Steuerung ist ein bisschen, ein bisschen schwer. Sieht auf jeden Fall echt richtig geil aus, finde ich. Dann werden wir den Schwert wieder wegpacken. Naja, ist egal. Hier erstmal schöne Aussicht. Und ich würde sagen, also, nicht die Frau. Sieht auf jeden Fall, also, ich finde es sieht wirklich geil aus, die Stadt. Ich würde sagen, erstmal bis zum nächsten Mal. Ähm, hatten wir jetzt das Charaktermenü und in der nächsten Folge fangen wir dann richtig an mit den Quests. Bis dahin. Ciao.